Beim Besuch des Kanzlers heute in Israel geht's um viel. Es geht Olaf Scholz um die Solidarität mit Israel, aber auch um die Freilassung der Geiseln der Hamas. Und um die Verhinderung eines Flächenbrandes in der Region. Morgen will auch US-Präsident Biden in das Land reisen. Bevor wir auf die militärische und humanitäre Lager in Gaza schauen, blicken wir erst einmal auf die diplomatischen Bemühungen, den Konflikt einzudämmen. Lügweipot. Blicken wir nach Gaza, wohin auch die Geiseln verschleppt wurden. Mindestens 3000 Menschen sollen in den Küstenstreifen seit Beginn des Krieges getötet und rund 12.500 Menschen verletzt worden sein, so die Gesundheitsbürdehörde in Gaza. Jetzt hat die Hamas erstmals ein Video von einer Geisel gezeigt, Peter Böhmer berichtet. Wir schauen in die Ukraine. Die Ukraine hat nach den Worten von Präsident Zelenskyj erstmals Langstreckenraketen vom Typ Etecams eingesetzt. Die von den USA gelieferten Waffen hätten sich als sehr präzise erwiesen. Gleichzeitig meldet die Ukraine, sie hätte den russischen Luftstreitkräften einen schweren Schlag zugefügt, und zwar ganz im Süden, bei Berdjansk, hinter der Frontlinie. Ob dabei die neuen Langstreckenraketen eingesetzt wurden, ist unklar. Seit zehn Jahren treibt China sein umstrittenes Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße voran. Aus diesem Anlass hat die Regierung heute und morgen zu einem internationalen Forum geladen. Bundesinnenministerin Faeser will stärker gegen Schleuser und irreguläre Migration vorgehen und lässt nun doch stationäre Grenzkontrollen zu. Neu sind die an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz. An der Grenze zu Österreich werden sie verlängert. Denn in diesem Jahr hat die Bundespolizei bislang über 98.000 unerlaubte Einreisen festgestellt. Das sind jetzt schon mehr als im gesamten Vorjahr. Die meisten illegalen Übertritte gibt es an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Stefan Kelch berichtet. Die EU-Staaten wollen Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor stark schwankenden Strompreisen schützen. Darauf haben sich die Energieminister nach langen Verhandlungen geeinigt. Jetzt beginnen Verhandlungen mit dem Parlament. Der Strompreis soll danach weniger als bisher vom aktuellen Gaspreis abhängen. Die Mitgliedstaaten können mit den Stromerzeugern künftig langfristige Verträge abschließen. Starke Preisschwankungen würden vom Staat ausgeglichen. Die Einigung verbessere den Zugang von Verbrauchern und Industrie zu günstigen Strompreisen, sagte Wirtschaftsminister Habeck. Teure Fitnessgeräte in Mannheim, die kaum eine Sportlerin nutzt. Oder Millionenkosten beim PKW-Mautdebakel. 100 Fälle von Steuerverschwendung hat der Bund der Steuerzahler aufgelistet in seinem diesjährigen Schwarzbuch. Blicken wir auf die Frankfurter Buchmesse. Sie steht für freien Meinungsaustausch, für Empathie. Darauf weisen die Veranstalter gerade dieses Jahr besonders hin. Die Welt ist aus den Fugen geraten, sagte heute der Direktor der Buchmesse, Jürgen Boos. Natürlich auch mit Blick auf die Gewalteskalation in Israel. Isabel de la Vega hat sich am Eröffnungstag einen Eindruck von dieser 75. Buchmesse gemacht. Ehrengastland ist diesmal Slowenien. Dankeschön Sven. Das Wetter wird unbeständiger, mehr gleich von Öst in Terli. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Marietta Slomka. Auf Wiedersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020